Hallo, willkommen zurück bei Dark Souls 2. Meep. Meep? Ist das alles, was du sagen willst? Ja. Ist alles, was ich zu dem Geschehen, das die ich sehen konnte, sagen will. Ja, also. Wo bleibt dein Zeichen? Ist bei der Treppe. Ist bei der Brücke, meine ich. Ja, wir haben beschlossen, den Schmelzdämon vorübergehend nicht zu machen. Ich sehe dein Zeichen nicht. Genau unten bei der Treppe. Hast du genug Menschlichkeit? Jetzt sehe ich es. Gut. Dann rufe er mich herbei. Und was ist das Zeichen des Scrolls? Habe ich die jetzt echt schon so oft getötet? Wäre gut möglich. Och Gott, wir sind schlechter als ich dachte. Bei mir würde es liegen, dass ich die immer wieder getötet habe, weil ich es wollte. Und siehst du, was ich da in der Hand halte? Ja. Großes Schwert. Hä? Großes Schwert. Mit zwei Händen. Ist nicht zu verachten. Wie viel Speed die gerade an dem Tag legen. Hä? Und wie die immer mit einem Strich überleben. Ja. Der ist zwar nicht so stark wie meine vorheriges Waffe, aber dafür macht es, ja, AOE-Damage. Würde man jetzt in der O-Weser gehen. Ich würde es zum zweiten direkt mit anzulocken. Komm. Nicht funktioniert, glaube ich. Einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Okay, dann wechsel ich direkt. Ach egal. Laufen wir zum anderen. Da oben liegen meine Seele. Und die holen wir gleich. Einmal hier. Einmal da. Einmal ausgerechnet. Ah, fast. So, wo sind deine Seele? Bitte schiesse ich auf mich, bitte schiesse ich auf mich, bitte schiesse ich. Gott sei Dank. So, wenn es irgendwie machbar ist, will ich... Geh du vor. Ich unterstütze dich. Heil dich kurz auf der Leiter am besten. Kann ich das überhaupt? Ja. Man kann Heilstoffe auf der Leiter verwenden. Geh mir meine Seele wieder. Ich hab mein Schwert nicht ausgewählt. Ah, schöne schöne Seele. Sehr gut. Einmal links, einmal nach rechts. Kommst du wieder? Kommst du bitte wieder hoch? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich wollte nur den Bogenschützen hier erledigen. Ihr habt uns vieles angeschaut. Also bitte, was sollte ich machen? Er hat provoziert. Oder er hat promoviert. Bist du auf dem Weg? Ja. Ah ja, bist schon an der Leiter, ok. Ich locke die an. Ja. Denn die willst du nicht da so kämpfen. Vorsicht. Nein, 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 nein. Nein! Ist der andere runtergefallen. Verdammt. Ich geh schnell den restlichen Weg. Und dann kannst du mich rufen. Nein. Oh, fuck, da ist er. Habe ich gefunden. Holy fuck. Nein, 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 nein. Also gut, wieso jetzt muss ich ein Menschenbild nehmen und dann dich herbeirufen? Oder hast du noch all deine Menschlichkeit? Ich hab noch meine Menschlichkeit, aber wir müssten ja jetzt von dem Bonfire hier aus weitermachen. Und das hast du noch nicht, deswegen musst du mich hier als nächstes rufen. Okay. Kannst du ja schon mal checken, ob du im Pharoos Weiz versteckt hast. Ich sollte einen Stein haben, ja. Links, rechts. Ein kurzer Moment. Ich rufe dich. Wo hast du eigentlich dein Zeichen? Ah, Moment. War noch kurz, ähm, bisschen Zauberkraft aufstocken im Wald Jubilar. Ja. Ich hab's gehört. Ich leg mein Zeichen dann. Ähm, au. Auf dem Hof oder auf die Brücke suchst du hier aus. Ja, irgendwo dort. Und ich nehme ein Menschenbild. Ja, also da vor die Tür. Oh-oh. Oh-oh. Jetzt hab ich nur noch ein Menschenbild. Nicht gut, nee. So. Ich seh dein Zeichen nirgends. Genau. Ich hab's im Hof hinterlassen. Im Hof? Vor der Tür. Ja, verdammt. Und ich bin, äh, vor der Brücke und warte. Okay, ich rufe dich herbei. Weiß, ich bin so ein All-Wounder. Schwert, Schild, Bogen, Zauber. Und zwar jede erdenkliche Art von Zauber. Ich glaub, das Feuer verschwindet erst, wenn man den Boss gesiegt hat. Dann ist vielleicht ein gutes Item da. Oh fuck, ich wollte hier andocken. Nee. Nee. Die warten grad irgendwie ein bisschen, oder? Ja. Zumindest gehen sie durcheinander und durch mich durch. So, auch den haben wir. Wenn du die Rüstung haben willst, ich habe fast alles doppelt. Ich glaub, ich hab die Rüstung inzwischen selbst. Okay. Hast du vielleicht, äh, die des, äh, Hauptmannes? Muss ich gucken. Und wenn, dann glaub ich nicht doppelt. Heil dich erst mal. Und guck ich nachher. Nee, zum Beispiel den Helm hab ich. Aber ich würde gerne den Rest auch noch haben. Mach die Tür auf. Ja, gleich. Moment. Ah. Ich musste mich vor den Pfeilen verstecken. Sagte er ja, um, äh, zu kaschieren, dass er sich an der Nase kratzen musste. Schönes Wort, kaschieren. Hast du's eingemacht? Also dieses Wort noch... Ah, nie gehört! Doch, hab ich schon öfter gehört. Aber ich wollte's doch mal erwähnen. Er ist tot. Und all meine Seelen beim Boss sind auch futsch. Scheiße. Wir machen den, äh, wir wussten auch nämlich eh zuerst. Ja, ich leg mein Zeichen vor. Die Brücke ist gut. Und ich werde meinen letzten Menschenbild opfern. Moment, mich... Ah, ich bin ein Idiot. Warum? Ich hätte einen Ring der... Nicht sterben, Menschlichkeit verlieren, Dingsbums da... Nehmen Sie hier rum? Genau. Nutzen können, in den Bossraum gehen, meine Seelen aufnehmen und sterben. Kein Problem. Aber nein, ich musste mal wieder auf die geniale Idee kommen, mittendrin zu sterben. Ah, da bist du ja. Ja, ich muss am Ende der Aufnahme auch nochmal die Lebenssicherungsringe reparieren. Bungala, Angriff! Bungala, Angriff! Bungala, Angriff! Bungala, Angriff! Geht bei dir nur noch einer im Hof? Ja. Aber wie gesagt, ich habe das mit Absicht gemacht. Wenn ich auf die Schwarte oder so kämpfe ich und kämpfe ich immer wieder gegen die Gleichen. Kann man eigentlich auch mit Zaubern backsteppen? No. Das wäre cool. Ah, ich lock die an. Bungala! Was? Ihr habt überlebt? Mit einem Strich überlebt? Nein. Ich bin schon lange dabei. Ich bin schon lange dabei. Sie fass mich wieder auf. Nein, nein. Ich hole die Tür auf. Ich mache die Tür auf. Achtung hinter dir. Ach der lebt noch. Der hat noch ein Flakon. Der wird gelebt haben. Was an dem noch ein Flakon hast du nicht verstanden. Das hier. Okay greif ihn doch an mit einer super mega Magie Attacke der Magiehaftigkeit. Aber es ist eine Attacke der Magiehaftigkeit. Super. Ja ne. Daneben. Schwachmatt. Ich habe ein bisschen gegen die Wand gehauen. Gut dann rufen wir die herbei. Steuerung please. Kommst du? Ja. Nein du willst sie nicht da auf dem Plattenball kämpfen. Komm. Du willst nicht dass sie auf die Platten schlagen. Warum nicht? Weil die dann kaputt gehen. Ernsthaft? Stell auf man. Du wurdest getötet. Schaffst du den zweiten alleine? Heil dich. Gott. Und keine Angst. Ich muss den zweiten nicht töten. Doch der ist da hinten. Nein der ist schon selbst gestorben. Echt? Wenn ja mach ganz links direkt die Tür auf und renn rein. Schaffst du das? Ja 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 ja. Ja, was war jetzt verschickt? Ich hoffe, du hast es. Ich bin gestorben. Und... Du wirst es in der Aufnahme sehen, warum. Aber es ist schon mal... Nein! Du bist nochmal gestorben. Nein. Ich aber. Aber... Ich habe keine Menschenbilder mehr. Aber keine Angst. Hier ist ja ein Händler der Woche ver- Verkauft. Aber da ich gestorben bin, habe ich keine Seelen mehr. Ja. Aber keine Angst. Die habe ich wieder ratzfatz aufgesammelt. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier. Also, ähm... Ich mache kurz ein, äh... Ein, äh... Hit-and-one-Spiel. Ähm... Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich sage nichts dazu. Ne, solltest du vielleicht auch nicht. Ich bin gerade gut, dass hier kein Kaueregeist ist. Ja, ich bin gerade gut, dass hier kein Kaueregeist ist. Was für ein Kaueregeist? Was für ein Kaueregeist? Ein Kaueregeist. Ein Beschützer des Glockeneid. Und was ist ein Glockeneid? Äh... Äh... Das ist ein PvP-Eid. Ein Open PvP-Eid. Und ich bin gerade in dem Gebiet. Und ich wurde von blauem Geistern vernichtet. Weißt du was? Sonst hast du ein Duftzweig? Hm... Nein. Aber ich kann eins... Besorgen. Warum? Äh, das wäre ganz gut, wenn du eins besorgst. Dann machen wir nämlich zuerst ein anderes Gebiet, das ein bisschen leichter ist noch. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich bin schon wieder gestorben. Was glaube ich dir? Das ist... Das ist nicht gut, wenn ich dir das glaube, ne? Sagen wir es einfach mal so. Ich, der große Beschützer und äh... Tapferecke, krippiere immer und immer wieder. Hm, ich gerade auch. Äh... Erniedrigend ist das falsche Wort für dieses Schauspiel. Dann mache ich jetzt einen Gegner nach dem anderen, ey. Das blöd ist die, wie spawnt so derbe schnell. Ja, wie spawnt der Gegner. Von den anderen. Von den anderen. Tomatze, von den anderen. Ja, ich hecke mit ihm zu. Wenn du da. Wie spawnt. Ja. Wenn du da. Bis zumal. Da. Wie viele Seelen braucht man eigentlich für einen Duftzweig? 9000. 9000! Haha! Alter! Einer nach dem anderen, bitte! Nicht drei Fastspieler-Charaktere auf einmal! Übrigens, dieses Gebiet ist ziemlich scheiße. Aber hier liegen gute Sachen rum, teilweise. Okay. So, nächster Tod. Aber ein Item mehr. Wir sagen, wir beenden die Aufnahme nur für heute. Schon so früh. Ja, wir machen ja jetzt ein bisschen offline, würde ich sagen. Den Gründen und so, nur immer dieselben Gegnern. Weil, selber. Ja, ja. Alter, wie viel Schaden machen die? Das ist doch nicht normal. Ja, ja. Ich kann auch nicht dafür. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!